Hi Ele, herzlich willkommen beim Fragen Express. Wie gut bist du vorbereitet? Gar nicht. Alles klar, wir starten trotzdem. Wie lange bist du schon bei Gisas? Wie lange? 20 Jahre nächstes Jahr. Und was machst du genau? Kalkulation, Vertrieb. Was war die beste Gisas-Party deiner Meinung nach? 2,9. Beherrschst du ein Musikinstrument? Nee. Was war deine größte Fehlinvestition? Mein irgendein Hosenanzug. Womit beginnt der beste Tag der Welt? Wenn meine Enkelkinder da sind. Welches Kleidungsstück hast du dir zuletzt gekauft? Eine Strickjacke. Und welche Aufgaben schiebst du gern so vor dir her? Boah, die Doofen, so Knüsselarbeiten, ja. Und wenn du Nutella auf dem Brot isst, lieber mit oder ohne Butter? Mit, wenn man alles. Welche App nutzt du am häufigsten auf deinem Smartphone? WhatsApp. Und wofür gibst du am meisten Geld aus? Klamotten. Und auf der Weihnachtsfeier, bist du da eher so die Tänzerin oder die Sängerin? Eher die Tänzerin, solange es die Hüfte zulässt. Gehst du lieber ins Kino oder guckst du lieber im TV? Lieber TV. Bist du eher chaotisch oder ordentlich? Ordentlich. Und stell dir vor, du bist die Königin von Deutschland, was würdest du da machen? Ah, ein bisschen ändern in der Welt, zumindest in Deutschland erst mal. Bist du eher so der Schokoladen- oder Chips-Typ? Schokolade, sieht man doch. Und guck mal richtig sauer? Reicht? Geht nicht, bin ich ganz selten. Danke. Gerne.